Hey, hi, grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust. Ja, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben auf dem Human Design Sommercamp. Vielleicht warst du ja auch bei mir im Reflektorraum und weißt, wie sich das anfühlt, tief ins eigene Fühlen hineinbegleitet zu werden. Und ich möchte einfach diese Gelegenheit nutzen und dir Bescheid geben, dass wir im Kreativhaus wieder unsere Türen öffnen für, ich will jetzt nicht sagen, nochmal nachempfinden, was wir auf dem Sommercamp erlebt haben, sondern an einzelnen Stellen einfach nochmal mit mehr Zeit, Ruhe, Raum in die Tiefe zu tauchen. Und wir starten im September am 14.09. mit einem Wonneweiber-Tag, wo es darum geht, ganz tief in den eigenen Herzraum einzutauchen und mit Berührung, Meditation, Tönen, ja, was es auch immer braucht, um dich tief in deinen eigenen Herzraum reinzuführen. Wir werden dich begleiten. Nicole ist noch an meiner Seite. Einige haben sie ja schon auf der Erfahrungswoche im Kreativhaus kennengelernt. Und am Nachmittag werden wir dann in das Juni-Steaming, in die Schoßraum, ja, ich wollte gerade sagen, in die Schoßraum-Träume eintauchen. Das habe ich so noch nie gesagt. Also ich bin sehr gespannt, was unsere weiblichen Schoßräume loslassen und neu einladen werden, ja, um das ganz Neue zu verkörpern, Gebären in die Welt zu bringen. Und ich habe auch gehört, und leider war ich nicht dabei, dass es einen wunderschönen Event gab mit der Amalia und Amira über das Human Design Chart, über eine Aufstellung, tiefer ins eigene Fühlen der jeweiligen Zentren einzutauchen. Und weil das so irre gut angekommen ist und einige gesagt haben, wir brauchen da aber ein bisschen mehr Zeit für bitte, haben wir die große Freude, Amira und Amalia bei uns im Kreativhaus am 20. und 21. September zu begrüßen. Und da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, noch mal tief zu tauchen. Wir haben auch Übernachtungsmöglichkeiten. Also vielleicht sehen wir uns wieder. Die ganzen Links vom Kreativhaus von mir, die wirst du hier unter dem Video finden, wenn du Lust hast, einfach tiefer zu tauchen oder noch mal eine 1 zu 1 Session mit mir zu machen und dann wirklich ganz in Ruhe mit Zeit zu schauen, was du brauchst, um dich selbst in der Tiefe wahrzunehmen, zu erkennen und deine Lebensreise aus deiner inneren Kraft herauszugehen. Denn so für den Kopf viele Sachen zu lernen, ist immer unglaublich spannend, aufregend. Ich liebe es auch, immer wieder Neues zu lernen. Und dann braucht es aber auch die Momente, wo du ganz tief in dich hineinfühlen kannst, was ist denn jetzt dran für dich, was brauchst du denn? Und sich selbst in der Tiefe spüren zu können, ist einfach so wichtig, um in Gruppen nicht unterzugehen, um dem eigenen Herzensweg zu folgen und tiefer mit der eigenen Wahrheit und Wahrnehmung verbunden zu sein. Und wenn du magst, kannst du uns natürlich total gerne im Kreativhaus besuchen kommen und einfach in die Körperarbeit mit mir eintauchen und ein, zwei Nächte dableiben hier übernachten oder in kleineren Gruppen mit mehr Zeit, mit totaler Entschleunigung tiefer tauchen. Genau. Ja, ich freue mich auf dich. Vielleicht sehen wir uns ja und mal schauen, was jeder so für sich mitnimmt und was wir draus machen, was jeder Einzelne für sich draus macht, was du draus machst, was wir draus machen, aus den unglaublich vielen Impulsen, die wir im Sommercamp bekommen haben. Und ja, ich spüre jetzt übers Grundstück, ich sitze gerade in Onkel Toms Hütte, übers Grundstück wehen schon sehr herbstliche, wilde Stürme und es gibt viel zu ernten. Ja, der Sandhorn ist bald reif und die Weintrauben und es ist wirklich Erntezeit. Was hast du in diesem Jahr gelernt, erfahren und möchte da nochmal tiefer verstoffwechselt werden und auch in dir als deine Essenz landen? Ja, Herbst ist Erntezeit. Und ja, was sind vielleicht auch die Dinge, die du mit in den Rückzug im Herbst, im Winter nimmst, in die Innenschau, in diesen tiefen Raum der Stille? Also, ich freue mich auf dich und bin super gespannt, von dir zu hören. Bis dann, ciao, deine Tabitha aus dem Kreativhaus. Reflektorin, viel Sex. geht jetzt, zusammen. Und ja, geht jetzt bei mir irgendwelchen Verde